Und da wären wir wieder hier bei Tomb Raider Anniversary. Zuletzt haben wir das St. Francis Fully abgeschlossen. Und nun geht es hier weiter in dem Colosseum. Aber wer eben sein Augenmerk richtig drauf gelegt hat, hat gesehen, dass hier was blinkt. Das war ja immer noch das Medipack. Ich denke mal... Ne, nicht zu mir das, oder? Für die Strohflinte. Kann ich mitnehmen, also... Bleibt die immer da liegen, bis der nächste mutige Abenteurer sie findet. Was erwarten Sie dann hier im Colosseum? Da bin ich noch mal gespannt, ne? Ah! Blödsartige Ratten. Wenn das alles ist, okay. Okay, dann müssen wir hoch. Hier ist nichts. Ich habe schon wieder eine Ratte gehört. Habt ihr eigentlich mal echte Ratten gesehen? Ich schon. Einmal, nämlich als ich unterwegs war und gerade meine Oma besucht habe, ist auf dem Weg zur Rutsche, der Bullseitestelle eine Ratte begegnet. Ja, tatsächlich. Die kam da aus dem Gebüsch raus, gewitzt und direkt in den Gully runter. Und da liegt noch mehr. Ich dachte gerade eben, da wäre jemand, aber das ist nur der Schatten. Oh Gott. So, da rüber da und dann kommen wir hier hoch. Da ist ja... Warte mal. Das Bild ist hier gerade ein bisschen sehr dunkel. Kriege ich da rüber? Nein. Wie komme ich da ran? Komisch. Na gut, dann eben nichts. Und wenn jetzt das Kropf wieder draufklettern würde, wäre ich hier sehr verbunden. Dankeschön. Die Steuerung ist heute auch nicht mehr, was sie mal war. Naja, naja, naja. Dann klettern wir eben hier rüber. Und schauen mal, ob wir uns... Ah ja, da können wir uns rauflassen. Und springen hier hoch. Gut. So kommen wir auch in weitere Munitionen, die wir nicht aufnehmen können. Super. Okay. Schauen wir mal, wo wir hier... Na, runter. Ich denke mal, ich muss da rum, ne? Ich hoffe, der Weg stimmt. Ne, eigentlich sieht es schlecht aus. Sieht ganz schlecht aus. Oh, 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 Lara. Das könnte eng werden. Kommst du hier irgendwo rum? Kommst du hier irgendwo hoch? Wir trinken. Das Winnipeg war nötig. Puh. Das sind schon die nächsten Ratten. Und Zügel. Gut. Was haben wir hier jetzt so? Käfige. Der Typ da drin ist schon länger tot. Da kann ich nicht hochspringen. Da auch nicht. Interessant. Kann ich denn mit dem Haken den Käfig rüber ziehen? Nein. Warum auch, ne? Aber ich kann hier rauf. Mal schauen, was wir hier hinten rum finden. Der Balken da ist doch sehr interessant. Schafft sie das? Sie schafft das. Sie schafft das. Gut. Lara nach hinten in die Stange. Von hier aus sollten wir heute noch auf den großen Käfig kommen, ne? Müsst du ja gehen. Ja. Wunderbar. Ja. Komm auch hier rüber. Und haben einen Rückweg, falls wir zurück müssen. Was ich doch stark annehme. Darf ich mir noch nicht lang gehen? Hier in den Ecken ist nichts. Hoffe ich. Ich sehe es zu wenigstens nicht. So. Haben wir hier irgendwo Gegner? Mehr Ratten oder Affen? Einen Kontrollpunkt haben wir hier. Und ich sehe doch, eine Katze hier auf uns zukommen. Ja. Hallo, Gorilla. Hi. Ich mag diese Tiere eigentlich. Oh, sogar zwei. Na? Der ist tot. Jetzt sein Kollege. Der Kopfschuss ist ganz praktisch an dieser Sache hier. Eins, zwei, schwupps und Schuss. Shit. Wappen löst ihr euch auf? Das ist nicht realistisch. Was haben wir da hinten? Schrotmunition? Schrotmunition. Gut. Dann benutzen wir halt mal die Schuheflinte von der Zeit. Ist mir auch recht. Ich denke mal, dass wir hier noch einiges finden könnten. Und so weit ich weiß, ist im Kolosseum die nächste gute Waffe versteckt, die wir doch gerne mal mitnehmen sollten. Automatikpistolen, so weit ich weiß. Sie leuten sich mehr ein. Wer hat da gesprochen? Ich habe niemanden gesehen. Noch mehr Schrotmunition. Da hinten komme ich nicht rum. Haben wir hier oben einen Weg. Da? Ne. Hier komme ich auch nicht hoch. Nein. Das war Verschwendung von Schrot, aber gut. Es sieht nicht aus, als ob hier noch irgendwo was liegt. Weil da oben eventuell, da bei der Türe, könnte was sein. Erstmal gucken wir hier nach, in der Ecke. Ah ja. Diese Spalten, der soll jetzt doch schon sehr viel versprechen. Sonst liegt hier natürlich nirgendwo was. Da ist ein Medipack. Da war auch ein Medipack. Und muss ich hier springen, oder? Ja, ist okay. Wie es ist. Kommen wir hier rauf. Gut. Und der Schalter wird einfach mal gerecht betätet. Warum auch nicht. Was muss denn hier rein? Das hier nicht? Nein? Müssen wir die Arena zucken? Soll ich in die Arena zurück? Sieht so aus, ne? Sonst ist hier ja nichts los. Wollen wir wieder runter springen? Schauen wir uns nochmal hier den Weg an. Da unten lief keiner, oder? Ne. So kann man sich täuschen. Hier ist nichts versteckt. Aber da sehe ich doch etwas. Oder? Na, Schrot. Und dann wollen wir doch mal hier runter, hm? Lass dich mal hier fallen. Ach, natürlich. Au. Yes, sis. Oh Gott. Die töten mich noch. Ich bin tot. Das ging schnell. Na gut. Das Tor ist jetzt offen, ne? Das sieht so aus, ja. Das war jetzt etwas suboptimal, ne? Das ist gut. Blatt nach, Lara. Ja. Okay. Wow. Das hat immer gut geertet, der Junge. Na komm. Das war nichts. Wow. Wow. Das war jetzt eine gute Aktion hier. Da geht doch irgendwo etwas rum. Da in der Ecke. Das ist nochmal Schrot-Munition, die ich mir mitnehme. Man weiß ja nie, wann man sie wieder braucht. Acht Schuss hin und her, ne? Aber acht Schuss sind acht Schuss. Mal auf die Pistolen zurück. Und dann gehen wir mal hier unten lang. Da ist was auf dem Käfig drauf. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. Wie komm ich da ran? Wie komm ich in diesen Schlüssel auf dem Käfig? Oh. Hallo Schrot. Na ja, logisch. Ich werde wohl den Käfig da oben mit dem Haken runterziehen, wenn es denn geht. klarer? Na also. Klack. Hier ist sonst nichts? Nein. Gut. Dann müssen wir jetzt ja logisch aus den Käfig hier rüber holen. Okay. 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 Ähm. Ähm. Bleibst du jetzt da drauf, Käfig? Das wäre mir nämlich recht. Okay. Ich werde den jetzt da ran schieben und dann müssen die Schlüssel holen. Einfaches Rätsel. Ja. Kann man schon sagen. Ziemlich einfach. Okay. Gipschlüssel. Ein Balkonschlüssel ist das. Okay. Dann müssen wir wieder raus. Ob neue Gegner kommen? Ich werde ja drauf. Na, die Musik sagst du schon. Eins, zwei Löwen. Tja. Zwei Löwen. Die jetzt tot sind. Die Frage ist, wo wir diesen Balkonschlüssel einsetzen sollen. Ich denke mal da oben an dieser Türe, ne? Muss ja. Also laufen wir mal den ganzen Weg hier rum. Oder? Ne. Wir laufen hier nach oben. Denn dort wäre ja gerade eben schon. Das ist ja eine Säule. Hier, ne? Ja. Sollst du einfach nur reinspringen. Und zwar so. Genau. Braves Mädchen. Zack. Und dann kommen wir wieder hier rauf. Verdammt. Kriegt er rum? Ah. Natürlich nicht. Manchmal ist die Steuern etwas sehr hakelig. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut. Auf ein neues. 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 Zack. Das sind wir hier auch oben. Und da runter. So. Komm mal hier drauf. Und mit Schmackes an der Kante abgesprungen. Jawollja. Da. Und dann setzen wir doch mal hier den Brikonschlüssel ein. Was auch sonst. Wir haben nichts anderes da. Oh. Leiter. Leiter ist immer interessant. Hm. Interessant. Ja. Das machen wir jetzt hier. Darüber springen die mich an. Jawoll. Das geht uns. Das ist ein Haken. Ich denke immer wir wollen uns nicht auf die Plattform bewegen. Ja. Ganz knapp. Aber es geht. Jetzt wahrscheinlich hier die Säule dann an die andere Seite. Oh. Hallo. Was haben wir denn da? Was haben wir denn hier? Hallöle. Zwei Pistole in Kadir 50 gefunden. Na wie schön. Das sind der Automatik. Na dann. Kann sie jetzt da rein? Ohne zu fallen. Ich will es eigentlich nicht riskieren. Ich will es eigentlich nicht riskieren. Das bin ich wieder hier rauf. Ähm. Ja. Lara. Verdammt. Ich muss noch mal die Pistolen holen. Na gut. Wir wissen ja jetzt wo sie sind. Äh ne. Das war falsch. Hier müssen wir jetzt doch mit dem Haken nach drüben. So. Und hier an der Kante. Wieder hoch. Okay. Jetzt vorsichtig. Ich gehe ganz vorsichtig in die Kante hier. Danke. Ok. gonna gucken jetzt darüber. Mh. Da ist... Munition ist ausschaut. Ja. Ja, okay, aber hier sehe ich keinen Haken, wobei das garantierter Weg ist, oder? Darüber springen schaffen wir garantiert nicht so einfach. Hier kann ich an die Seite ran und, ja, man kann, gut, halte ich bloß gut fest. Okay, dann darüber jetzt nehme ich an. Ja, ich nehme richtig an. Da kann ich nicht hoch, aber hier kann ich rauf. Oh Gott, Lara, halt dich fest. Meine Güte, Miss Croft, was machen wir denn noch für Sachen? Schön, ein Kontrollpunkt. Da müssen wir uns die Waffen schon mal sicher. Das ist wunderschön. Ach, schöne Rolle. Wir sind da runter, oder? Da können wir nicht lang. Gut, dann gehen wir erst da runter. Wenn nicht auf diese Seite, denn die ist versperrt durch Steine. Klingt gut. Ich höre Ratten. Oder Fliedermäuse? Eins von beiden. Fliedermäuse. Naja. Die haben es ja so gewollt. Und das war das Kodossierung. Das ging relativ schnell, ja. Na gut, dann. Einer hat mir Faktum verpasst. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es verpasst. Nun ja. Dann machen wir hier gleich mal weiter. Bis gleich dann.